Im Port Adriano auf Mallorca, der als kommender Luxushafen der Baleareninsel gehandelt wird, gab es im Oktober verschiedene Gründe zum Feiern. First Mallorca, das führende Immobilienunternehmen der Insel, stellte das neue, exklusive Büro und den neuen Herbst-Winter-Katalog vor. Mit der Vorstellung dieser Borschüre werden auf der Insel gewissermaßen Zeichen gesetzt. Die Objekte, die vorgestellt werden, sind für viele Gradmesser eines Marktes, der sich immer besser entwickelt und im Gegensatz zum spanischen Festland gut erholt hat. Über 1000 internationale Gäste fühlten sich wohl, konnten die neuen Räumlichkeiten bewundern und im mit Spannung erwarteten Katalog blättern. Die neue Borschüre steht im Einklang mit dem neuen Office in exponierter Lage. Wir freuen uns, dass wir hier auch unsere Büros mehr verbinden können und das Produkt hier im Umfeld direkt stärker aufnehmen können und natürlich auch alle anderen Gebiete, auch vom Hafen in Port Adriano zu bearbeiten. Mit der Aufmachung des Katalogs geht das Unternehmen einen interessanten, einen neuen Weg. Selbstverständlich geht es darum, das breit gefächerte Angebot an Immobilien, die von First Mallorca angeboten werden, vorzustellen. Das geschieht wie in den Vorjahren im exklusiven Hochglanzdruck. Doch diesmal ist die Borschüre mehr als ein Verkaufskatalog. Der gut fotografierten Druckschrift gelingt der Sprung zur Darstellung zwischen Landschaft, Wein und Lebensart auf der Insel. Genau das ist es, was die Verantwortlichen wollen. Wer eine Immobilie auf Mallorca sucht, hat auch eine enge Verbindung zur Insel und will sie genießen, kommentiert Heidi Stadler die Borschüre. Zwei namhafte mallorquinische Künstler haben zwei 27 Liter Rotweinflaschen des Hauses Massella Batle gemalt, um das Ereignis dieses Events festzuhalten. Sie werden die Weinkoffer dekorieren, die als Selección Privada First Mallorca Immobilienkäufern geschenkt werden, die im Zeitraum der Auflage dieser Borschüre notariell beurkunden. Die handbemalten Weinkoffer erscheinen in einer limitierten Auflage von 100 Stück. Guter Wein und gute Immobilien, so kommentierten die Macher den fast philosophischen Hintergrund des Katalogs, sind deckungsgleich. Gesunde Bodenbeschaffenheit, gutes Klima, viel Sonne und noch mehr Licht sind sowohl beim Wein als auch bei Immobilien eine Grundvoraussetzung. Die hochwertigen Borschüren können in den fünf Büros, die es auf der Insel gibt, abgeholt werden. Wer nicht so lange warten möchte, findet sie im Internet auch unter www.firstmallorca.com.